Oh, das wehrt sich. Jetzt schießt es auf jeden Fall zurück, nachdem... Wow, wow, wow! Auswählen muss ich auch noch, also... Da gehen wir an den Türen einfach rein. Wir haben hier drei Leute drin sitzen, die schießen können. Ja, jetzt bekommst du aber nur... Im Augenblick belegt. Ja, das ist fertig, das nächste, eins höher, glaub ich. Ja, geil. So, die hintere Kanone kann ich schießen, weil sie die vorderen Kanone vor sich hat. Ja, die hintere Kanone ist ja von hinten schon schützt. Da ist noch eine. Ja, ich geh da drunter. Oh, schade, jetzt sehe ich auch... Ja, geil. So, mal Kombination aus einem Schützen, einem... Dann landen wir auf dem Ding drauf. Dann landen wir mal. Brauchst du nicht landen, dann musst du daneben schweben und wir müssen hier schön... Warte, warte, ich mach zwei Eingang. So, kann mal jemand zur Tür gehen? Warte, noch nicht, noch nicht. Und jetzt... Helm aufsetzen, nicht vergessen. Die Scheibe ist kaputt. Okay. Was? Was? Was ist denn? Das ist dumm. Der hat keinen Block unter sich. Was hat der? Der hat keinen Block unter sich. Was hat der? Der hat keinen Block unter sich. Hier oben, du. Wo ist der oben? Wo ist oben? Wo ist oben? Na, ich bin bei dir hier. Ah, ich muss wieder den Core zerstören. Warte, Core suchen. Dann können wir die übernehmen, oder was? Nein, abbauen und öffnen und was auch immer. Ja. Wir müssen den Core haben, ja. Aber der ist bestimmt in dem Schiff. Yo, also... Hier wird einem ja schlecht. Oh, 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 oh. Wie schön fliegen, hätte ich beinahe gesagt. Ey, du wirst nicht besoffen sein. Also, der ist in den Kühlschrank. Ich sehe das genau hier, ey. Ey, der kommt über den Kühlschrank, ey. Stolz liegt voll im Kopf. Ach so, es ist... Über sind wir gerade, oder? Ah, hier ist ne Tür, hier ist ne Tür. Ja, warte, ich muss mich mal da drehen, damit ich wieder richtig bin. Ah, so ist es. Ja, so ist doch logisch, irgendwie. Ja. Ey, die Station hat schon jemand leergefressen hier. Kostet mich das an. Warte, ich schieße. Wo kommst du? E-PVE, oder? Ja, rein. Ja, es ist PVE. Oh, 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 oh. Wie könntest du dich nicht hier bewegen? Ja, hier ist nur, geht's noch unten. Uuuh, hat mir aber schlecht. Ich zieh ne Stockwerke. Dann gib mir der jetzt mit dem Handy auf den Sack. Oh, wix. Alter, hab ich... Was geht hier? Ich hab Gravitation. Also, fad, warte. Man kann doch Y drücken. Da ist nur wieder Gravi. Muss ich doch mal eben gucken. Also, ich hab jetzt irgendwie Gravi auf einer schrägen Art und Weise. Also, hier hab ich auf jeden Fall ne... ne... Mach dich äh, gesunde Stationen und No-To-Stationen. Und wir... und noch ne Tür. Hatte hier nicht jemand ne Tür öffnen? Ja. Okay. Danke. Guck mal, da geht's raus. Wo seid ihr denn jetzt? Hier ist der Antrieb. Okay, den tut man nicht zerstört. Ja, wo geht's hier lang. Warte. Wo seid ihr überhaupt? Macht man hier eine Rolle vorwärts. Wir sind irgendwo unten unten. Wie hast du auch das nicht, wie du dich drehst? Mir wird schlecht. Jetzt kommt... Wie du hier gemütlich gehst, ey. Habt ihr den Chor schon gefunden? Nein. Aber vielleicht ist ja hier draußen noch irgendwas. Aber hier, schön zum Landen hier. Mit so nem schönen Lande-Ding. Oh, hier hätt ich auch locker mit nem Fliege herfliegen können doch. Ja, ja. Hättest du denn die... So, ja wo... Aber warte mal. Irgendwo muss doch hier die Zentrale sein. Weiter runter. Vielleicht. Ne, weiter höher, würd ich sagen. Ja, hier runter. Ja, hier runter. Komm, komm mal raus und dann kommen wir einen Fliegtäck höher gehen. Da kannst du eine Tür öffnen. Irgendwie so. Äh, was zucht? Ich krieg grad nen... Oh. Über Kopf und links, rechts, oben. Ja, unten. Das sieht gut aus. Da musst du runter. Ich würde ja eher sagen oben. Äh, hier ist der Chor. Kann man auch mit normalen... Hier ist der Chor. Da mach den mal fort. Weil es kommt auch ne... Ja, ich muss mal eben meine Gravitation wieder anmachen. Vorsicht und... Kommt auch ne... 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 Vorsicht. Und Schuss. Vorsicht. Geht die mal ins Raubstift rein und steuert die... Garten. Ups. So, der Ding ist kaputt. So. Drum ist aus. Ja und irgendwie... Äh... Elizidstation... Treibstofftanks... Aber hier scheinen alle letzte zu sein. Was wird der? Irgendwie soll das Ding denn dann laufen? Ja. Ja, dann kann der jetzt abbauen. Ja. Abbauen... Was ist jetzt? Durch den... Ehhh... Dings abbauen. Coole Sache. Aber... Jetzt komm ich gleich mit dem Türöffner vorbei. Du kannst die Tür jetzt so öffnen. Das stimmt ja. Jetzt kann er... Jetzt kann er die Sachen so öffnen. Ja. Ja. Ich weiß nicht wo ich bin. Verdammt. Ja, du bist denn Orientierung, Alter. Das ist ja wie ne Frau, Alter. Ja, ich kann mich aber auch nicht orientieren. Hm. Ich kenn das. Das Problem ist, dass man ja sobald man hier durch die Fahrschule durchgeht, dann auch eigentlich die ganze Zeit am Rolle vorwärts machen ist. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, links, rechts, geradeaus? Wer hat denn hier das Ö gerade gemacht? Ich. Warum? Hast du Hunger? Ich bin ja gerade Treppe runtergeflogen. Wie kann man die Treppe unterfliegen? Bei 0 Gravitations. Warum die denn hier ein Lager? Die müssen doch irgendwo hier ein Lager-Dingsbums haben. Auseinandernehmen, 100%ig auseinandernehmen, alles, alles. Oh, hier geht's raus. Also die Metall-Dinger, alle Komponenten ja auseinandernehmen. Ja, alles, alles. Einfach, ist nix mehr da, wenn wir wiederkommen, so. Alles weg, so. Halt's das Ding weg. Wärst du denn hier schon wieder am sterben? Ich bin schon wieder runtergeflogen. Es ist 0 Gravitation hier, Kollege. Wie fällt man denn 0 Gravitation runter? Weil man hohe, äh, vielleicht hat er dann ein Jetpack nicht an. Selbst dann ist das schon echt hart. Doch, dann fällt man. Ja, aber, aber auch so komisch, als wenn die Station schräg im Wall wäre hier. Tja. Ja, ja, allunschräg. Ja. Es ist immer so, als wenn wir eine Station haben sollten, dann brauchen wir auf jeden Fall Gravitations. Hier sind auf jeden Fall Lagerboxen. Hast du da reingeguckt? Noch nicht überall. Überall nix. Okay. Also, naja, weiß ich nicht. Überall sag ich jetzt nicht, aber alle, wo ich reingeguckt habe, war nix drin. Okay, ich gucke immer vorher rein, bevor ich zerstöre. Aber da sind wirklich alle leer. Was ist das denn für eine Station? Ja. Guck mal, vielleicht braucht man auch nur diese komischen Gitter am Fahrstuhl. Ach nee, das war ja sowieso, war ja, lag ja nicht an den Gittern, lag ja an der Nähe zu dem Flussgenerator. Also ich, deswegen dachte ich an den Gitter, weil da sind ja auch solche Gittern. Jetzt frage ich mich hier, muss doch irgendwo die Steuereinhaltsdamm von dem Ding. Ach, die war ja unten, der Computer, oder? Uh, hier ist noch eine Gun. Ihn mach ich mal kurz kaputt. Oh, da oben sind dort Tanks. Da gucke ich mal rein. Ach, das Ding musst du ja nicht fliegen, ne? Treibstofftank. Ja, ja, richtig. Es kann doch nicht sein, dass die leer sind. Das ist doch unrealistisch. Ach, ich baue sogar die Lampen ab hier. Ich baue hier alles ab, was mich niedergelöst ist. Das ist echt, dass ich diesen Ding zurechtzufinden irgendwie, habe ich das Gefühl. Ach, hier hat jemand schon leer gemacht. Ich habe mich schon gewundert. Hier war doch irgendwo was gewesen. Alles leer. Leu. Hier kann man ja, wie gesagt, hier kann man ja sogar mit dem Small Vessel nochmal hochfliegen und... ...Rest abholen. Ja. Pfeißer bauen hier. Macht voll Spaß. Oh, ich habe keine Grünen mehr. Ich bin eine Uniwelle. Ja, ist schon cool. Auf jeden Fall. Nur schade, dass hier nichts zu entdecken gibt, wirklich. Oder hier ist wieder irgendwas versteckt. Ich habe schon umgeguckt. Du musst das Dungeon finden. Das Dugiole. Oh mein Gott, ey. Was ist denn jetzt hier los? Vielleicht da. Das liegt da rüber. Rein hier in den bunten Kessel. Jetzt ist ja auch das Gute daran, man kann sich ja seine Wege selber bauen jetzt, ne? Jetzt kannst du machen, ja, ich kann das ganze Ding zerroppen. Da haben wir natürlich schön viel Material, ne? Vielleicht hier unten noch irgendwas? Die sollten nur schneidern, bevor die Russen das marken. Ja, hier ist ja zum Glück ePVE. Da kann uns ja nichts passieren. Ja, ich weiß nicht. Wir können es abbauen. Naja. Wir können es uns doch schließen. Wenn du mal auf der Map guckst und guckst, das ist ja PVE. So, na gut, weil das ja hier Computergegner sind, sozusagen, ja? Aber es ist schade, dass du die nicht übernehmen kannst. Die ist zwar eh zu klein, aber hey. Jo, das wäre schon richtig geil gewesen. Wir haben es jetzt bei der nicht probiert. Man kann sie übernehmen. Wenn du jetzt hier deinen Core reinsetzt, ist es deins. Ja, geht nicht. Haben wir schon. Ich habe es schon probiert, okay. Na gut, dann war das nur eine Theorie. Ich meine, wir hätten es ja hier auch nochmal probieren können, aber. Ist jetzt schon fast kaputt. Jetzt ist das Ding eh im Arsch. Also mit der Mine ging es nicht, die wir da eingenommen haben. Oh, ganz viele Stahlplatten. Gerichtschaften, ne? Jetzt fangst du schon an, auch die richtigen Sachen nur noch abzubauen, ne? Also ich meine andersrum, die unrichtigen Sachen. Ja, das ist ja egal, was du hier abbaust, du hast ja schön viele Stahlplatten und so. Da kann man auch mal genug... Und Glas. Glas ist natürlich richtig geil. Ja, Glas bau ich auch. Ich bin gerade wieder an dem Versuch zu reparieren. Oh, komm, hier sind noch O2-Tanks. Ja, baut alles ab. Ich bin Reparaturweg gerade. Ja, das hält nicht viel aus, so'n Ding, oder? Ja, überhaupt nicht. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass hier noch mehr drin wär, dass wir irgendwie noch auf Gegner stoßen, oder so. Wir haben dich verpisst und plündern jetzt unsere Basis. Ja, ja. Was haben wir hier? Dann wär auch nix gescheites. Aber immerhin haben wir jetzt, äh, waren wir jetzt mal erfolgreich, ne? Nur dank meinen Schießkünsten. Das hat ganz schön lange gedauert, Junge. Ja, ich müsste erst mal die richtige Kanone finden. Das ist so, Kollege. Da hat ja jemand die Kanone so platziert, dass die zweite Kanone eigentlich nutzlos ist. Die Weltkanone ist ja für hinten gedacht, Kollege. Kollege. Junge. Junge, mädchen, Junge. Das ist wirklich gute Idee. Weißer, wir helfen nur beim Durchlüften der Station. Ja, mehr machen wir nicht. Wir wollen nur was Gutes machen. Luft kommt rein. Wir wollen nur was Gutes tun. Okay, das ist jetzt... ...röperieren. ...röperieren. ...das, da muss ich noch machen. Oh, ja, da. Die Regel. Guck, das ist ja komplett weggesprengt, Alter. Heftig. Haben sie ja richtig... ...richtig eingeballert, he? War noch gar... ...waren noch gar... ...dabei waren das noch gar nicht so tolle... ...waffen, die wir hier benutzen haben, ne? Ja, wenn die schneller... ...jemand schnellere Gunn gewesen wär, wie... ...gewünscht, da wär das nicht so kaputt gegangen. Warum nicht? Wenn da nicht jemand, äh... Nö, die Gunn steht da komplett richtig. Die Hedricant ist ja für Artillerie, nur. Artillerieieieieieieieieieieieieieie... ...so, meine ZE-Ladung sind gleich durch. Ja, ich hab jetzt nur 250... Hab jetzt nicht so mit auseinanderbauen geregnet, sondern eher mit Grasen. Ja, ich hab hier noch Glas. Ich lass jetzt meine 250 Munition noch für meine Zerlegemaschine, weil wir werden jetzt bestimmt noch was entdecken. oder wollt ihr weit zurück und wird auch erstmal zurück also weil wie gesagt das ding ist ja hier oben da also bis hier kommst du auch noch mit den small vessels ja du kommst ja noch weiter mit dem small vessel krasse scheiße damit kommst du auch so weit ja offiziell ja nicht aber inoffiziell waren wir als erstes mit den small vessels auf dem mond schon haben wir das soll bestimmt nicht so sein aber wenn es klappt ja gut dann baue ich jetzt hier auch weiter ab wenn ihr zurück wollt gleich ich glaube das ding aus ist dann stößt er doch bestimmt ab oder schwebt er ja auch ganz normale luft ja aber weiß ja nicht ob das hier richtig gemacht wurde in dem spiel ja gut die drei die städte müsste dann eigentlich auch hier weg trudeln die müsste mindestens weg trudeln ja hast du deine antwort schon DJ weißt du doch mal aus testen wir doch mal oder selbst beantwortet ey junge mädchen ich zieh mir jetzt erstmal hier zehn portionen pommes rein und dann haben wir noch eine r